Hallo zu Dishonored. Hallo. Wer sagt schon Hallo zu Dishonored? Blöde Begrüßung. Da wollte ich einmal über das Hallo und Herzlich Willkommen hinaus. Und was mache ich? Ich mache es noch blöder als es ohnehin schon war. Wie komme ich denn zu diesen blöden Brandmarkungsanweisungen? Ich muss zu diesen Anweisungen kommen irgendwie. Ganz in der Nähe hat jemand seinen letzten Arten zu getan. Seine Arten sind noch geöffnet. Ich habe übrigens einige Sachen rausgefunden, während ich gerade das erste Dishonored Video nochmal angeschaut habe, um ein paar technische Sachen zu überprüfen, die die Framerate betreffen. Zum einen ist mir aufgefallen, dass die Framerate zu niedrig ist, deshalb werde ich von jetzt an mit höherer Framerate exportieren. Bedeutet, ihr werdet das Video in flüssigerer Form sehen. Kann ich hier drauf springen? Ja, kann ich. Ups da. Das ist eine Rune direkt unter uns. Ähm. Gut, hier ist auch einer. Ich muss aber erstmal nach da irgendwo. Scheiße, ey. Ich kann das konstruieren. Ähm. Und zum anderen ist mir aufgefallen, dass zum einen dieses Herz wahrscheinlich der Kaiserin gehört. Es ist die gleiche Stimme, die spricht. Und zum anderen ist mir aufgefallen, dass äh, ich den... Wie heißt der? Den Oberaufseer Campbell. Ach nee, nee, gar nicht. Campbell meine ich nicht, sondern ich meine... Ähm... Hauptmann-Colonel. Oder nee, war es auch... Oder war es Campbell? Ich glaube, es war Campbell sogar. Oberaufseer Campbell. Ähm... War der Typ, der, äh... Am Anfang sich hat malen lassen. Wenn ich das richtig, äh... Richtig sehe. Also hier ist auf jeden Fall... Nee. Das wollte ich doch gar nicht. Ich glaube, das mache ich nochmal rückgängig, weil ich glaube, ich habe jetzt das... Genau. Jetzt... Nee, das mache ich nochmal rückgängig, weil ich glaube, dass, ähm... Nee, nicht automatisches Speichern, sondern um 19.01 Uhr hatte ich das gespeichert. Aha. Wäre gut möglich. Ähm... Weil ich glaube, ich habe jetzt das getriggert, dass quasi da diese Sequenz beginnt und das wollte ich eigentlich gar nicht, weil ich möchte ja gern noch... Äh... Erst noch, ähm... Diese... Diese... Ja... Diese Formel finden, um... Um den Oberaufseer... Da in diesem roten Gewand, da ist er auch... Schaut er auch genauso aus. Ich weiß nur nicht, ob das Campbell ist oder Kernel. Ich bin mir gar nicht genau sicher, aber... Einer von beiden auf jeden Fall wurde am Anfang... Äh... Ist der Typ vom Anfang, der gemalt wurde. Genau. Da gibt es die Brandmarkungsanweisungen. Super. Das Archiv. Hatte ich die Abregelung gestern Nacht erwischt? Sechs Stunden lang. Haben alles von oben bis unten durchsucht und hatten nichts außer der Brühe zu essen, die wir gratis verteilen. Natürlich haben wir nichts gefunden. Habe ich dir erzählt, wie sich einer der Fenster glieden im ersten Stock nicht schließen ließ und ich dachte, dadurch verschwinden zu können? Fand aber keinen Weg nach unten und als ich zurück wollte, hatte jemand das Fenster geschlossen. Verbrachte den Rest der Abregungszeit auf einem Sims. Vielleicht hat der Outsider dabei zugesehen. Ich speichere mal hier drin. Was nämlich... Also das würde auch dazu passen, zum Beispiel das Herz hat irgendwann mal gesagt, ähm... Ich bin nicht lebendig, aber das Geschenk des Todes habe ich auch nicht bekommen. Und das könnte ein ganz klarer Hinweis auf die Kaiserin sein. Also ich glaube, der Outsider hat die Kaiserin. Irgendwie sowas wird auf jeden Fall noch kommen. So, jetzt erstmal wieder konzentrieren. Also da unten sind die Brandmarkungsanweisungen. Da überall wachen. Komm, überall. Welche Korruption, welche Schönheitlichkeit. Ich kann das nicht an ihm ansehen. Bücher? Schön, wenn ich mich in dem Archiv mal in aller Ruhe umsehen könnte. Vielleicht kann ich das ja jetzt. Hey, drunter! Geh drunter! Oh Gott. Schnell wieder drunter. Ich finde, hier unten könnte ich erstmal speichern. Ich lege aber mal einen separaten Spielstand an. Nur falls... Falls sie mich entdecken sollten. Erhaltend heiß. Wenn ich das angeschaltet lasse, verbraucht es auch kein Mana, oder? Nur die Aktivierung und die Deaktivierung. Was ist das denn? Alter, gehst du bitte mal da drunter? Ist ja nicht zu fassen. Der hat einen Schlüssel. Könnte ich klauen. Oh, shit. Wow. Gleich speichern. Gerade eben ist übrigens auch der erste Patch rausgekommen. Ich weiß aber nicht, was er getan hat. Hab ich vielleicht schon mal gesagt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich kann mich gar nicht mehr... Ich weiß nicht, was ich vor drei Minuten gesagt hab. Über das Brandmarken von Ketzern. Das Zeichen des Ketzers ist für jene Aufseher reserviert, die zwar gegen die Ordnung verstoßen, dabei aber die Gesetze nicht gebrochen haben, was ansonsten mit einer Hinrichtung enden würde. Personen, die das Zeichen tragen, dürfen nicht angesprochen werden und weder Hilfe noch Unterkunft erhalten. Diese Personen sind des Weiteren nicht länger im Orden und bei dessen Verbündeten willkommen. Das Zeichen wird in die Stirn eingebrannt, damit jedermann die Sündhaftigkeit des Gebranntmarkten sehen kann. Die chemische Verbindung reagiert sofort und zeichnet den Ketzer für den Rest seines Lebens. Das Verhörzimmer im Büro des Oberaufsehers steht für das Brandmarkungsritual bereit. Die zu brandmarkende Person muss am Verhörstuhl festgebunden und festgehalten werden, wenn das Zeichen eingebrannt wird. Das Zeichen des Ketzers wird im selben Raum aufbewahrt. Und das Zeichen brauche ich. Geh doch mal bitte da drunter, Junge. Nicht in den Überschwenden, bitte. Das eigentliche Zeichen des Ketzers befindet sich im Verhörzimmer. Nicht tödlich, mache Oberaufseher Campbell bewusstlos. Kann ich ihn bewusstlos machen? Kann ihm, ähm... ...das Dings aufbrennen und dann, ähm... ...wird er verstoßen. Jetzt noch noch ein Buch. Die Abwasserkanäle sind Rattenläster. Und einmal in Reichweite des Flusses kann er überall hin sein. Warum die Kaiserin töten? Er muss verrückt geworden sein. Das dritte Gebot. Auszug einem Berg. Aus einem Berg, das eines der sieben Gebote erläutert. Zäume die rastlosen Hände, die schnell zu Hilfe des Outsiders werden. Zu Gehilfen des Outsiders werden. Frei von ehrbarer Arbeit. Blablabla. Das kennt man schon. Haben wir schon mal gelesen. Enthüllungsprotokoll. Nummer 965. Name Dylan Jacobs. Zugegebene Verstöße. Diebstahl von Lebensmitteln eines Nachbarn. Zahlung des halben Lohns an den Nachbarn für die Dauer eines Monats. Name Millicent Ridgway. Ehebruch. Ein Jahr im Dienst des Ordens. Robert Young beobachtete seine Nachbarin beim Baden. Öffentliche Demütigung am Pranger für eine Dauer von zwei Tagen. Finde ich super. Mittelalterliche Foltermethoden. Upsa. Falsche. Ich muss da hoch. Schnell. Puh. Alter sind hier viele Wachen. Warum patrouilliert du? Das vierte Gebot. Zäume die unsteten Füße, die es lieben, Grenzen zu überschreiten. Sie scheren sich nicht um die Grenzsteine auf den Feldern der Nachbarn. Sie wandern in fremde Länder, ihre Sohlen bei ihrer Rückkehr, geschwärzt von Ungerechtigkeit. Wohin bist du gelaufen, das dir nun die Zerstörung folgt? Würdest du über Brände, Kohlen oder Glasscherben gehen? Warum dringst du dann in die Häuser der ehrbaren oder in die Höhle der verborgenen Dinge ein, wo das Ergebnis das gleiche ist? Du wirst ins Nichts fallen. Stelle stattdessen deine Füße auf sicheren Grund, damit du fest und unverrückbar stehst, wenn die Winde des Outsiders an dir ziehen und zerren. Warum hat nach dem Dammbruch niemand neue Karten gezeichnet? Der Outsider ist quasi der Teufel. Der Teufel. Wenn man auf dem Dorf sagt. Das Teleportieren funktioniert ja sehr präzise, muss ich sagen. Was, noch eins? Erstmal Zeit, um nochmal zu speichern. Ich glaube, den anderen Speicherstand kann ich auch löschen. Denn, äh, ich mache hier meine Sache sehr gut. Das zweite Gebot. Zäume die lügende Zunge. Ah ja, okay, das ist... Aha. Aha. Das zweite. Ich glaube, ich muss mir das mal aufschreiben. Die lügende Zunge. Und dann gab es irgendwas mit den irrenden Augen oder sowas. In der vorherigen Episode ging es da um... Um ein Tresor. Also das wäre jetzt das zweite. Ich schreibe immer eine 2 auf. Wenn ich nur 2 von den Dings rausbekomme, wäre es ja schon geschafft. Zäume die lügende Zunge, die wie ein Funken im Mund eines Ungläubigen ist. Denn sie ist ein so kleines Ding, so sie kann eine ganze Stadt niederbrennen. Es ist besser, ein Leben in Stille zu leben, als ein Strom von Unwahrheiten auszuspeien. Die Echos der Lügen kehren, als die Stimme... Entschuldigt. ...des Outsiders zurück. Ich habe gerade Spaghetti gefuttert, deshalb... ...da muss man auch immer ein bisschen aufstoßen. Upsa. Dude. Das Verhörzimmer. Die Frage ist nur, was das ist. Also wo das Verhörzimmer überhaupt ist. Nein, 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 nein. Du bist doch hier nicht in die Ecke gekommen. Nee, bitte nicht. Das ist auf jeden Fall nicht das Verhörzimmer. Interrogation Room. Okay, das ist es. Scheiße. Der hat mich gesehen und Hilfe geholt. Macht aber nichts. Ich glaube, ich könnte sowieso vielleicht nochmal da oben einmal langschleichen und gucken, ob ich da noch was finde. Wobei mein gesunder Menschenverstand mir sagen sollte, dass jeder überflüssige Weg eigentlich gefährlich ist. Aber habe ich einen gesunder Menschenverstand? Nein. Nee, also, ernsthaft. Ich bin ja... Ich mache das ernsthaft. Also ich mache, ähm... Ich schleiche jetzt nicht... Äh... ...wie wild durch die Gegend, ohne hier einen... ...anreiz zu haben. Order shall prevail. Aber vielleicht finde ich da oben was Schönes. Doch, ich schleiche doch das Bild durch die Gegend. So. Da arbeitet einer. Aussageprotokoll. Der Fall Agatha Harcourt. Aussage von Mary Wallace. Eines Nachts roch ich einen seltsamen Gestank, der aus Agathas Fenster kam. Als ich zum Fenster hinblickte, sah ich, wie sie über dem Feuer die Knochen von etwas Kleinem zusammen mit Habisch hin verbrannte. Aussage von Herbert Alcott. An mehreren Abenden, an denen ich spät von der Arbeit nach Hause kam, sah ich, wie Agatha mich so seltsam von hinter den Vorhängen aus anblickte. Am fünften Tag spürte ich Schmerzen im Bauch, als ich mich ihrem Zuhause näherte. Ergebnis? Agathas Haus wurde durchsucht, es wurden mehrere verbotene Gegenstände gefunden und Agatha wurde ergriffen, als sie aus dem Haus fliehen wollte. Ihr Verhör brachte wenig Hilfreiches zutage. Haus und Besitz für den Orden konfisziert, Überreste eingeäschert. Alter. Tja, wir sind ja fast so schlimm wie die katholische Kirche. Na, na. Ah, okay, das hab ich schon. Die Prüfung der Begabung, das hatte ich schon im vorherigen Part gelesen. Der Lord Regent wieder. Arbeite dort fleißig. Also wollen gibt's hier nix. Das ist cool, wie man hier voll, heimlich quasi, unterwegs sein kann. Dass man hier überall rumschleicht. Das ist genau mein Ding. Scheiße. Nein. Oh, Mann. Wie beknackt. Okay, jetzt weiß ich aber wenigstens, dass da nichts weiter ist. Diese Botschaften, die ich gelesen habe, waren ja jetzt keine, keine, keine Relevanten, die jetzt irgendwas getriggert hätten, was mir irgendwie Erfahrung bringt oder sonst irgendwas. Deshalb mach ich jetzt einfach so, äh, weiter. Ach, Mist. Oh, hätte ich bloß mal durchs Schlüsselloch geguckt. Hätte ich bloß mal durchs Schlüsselloch geguckt. Ich bin ja wieder so hektisch jetzt. Was passiert, wenn man zu hektisch ist? Dann rennt man direkt in diese Typen rein. Also es ist auf jeden Fall unglaublich schwer, wenn man es beim ersten Durchlauf machen will, ohne dass man die ganze Zeit eben speichert und lädt. Ist unheimlich schwer oder, ich sag mal, nahezu unschaffbar hier, ähm, durchzukommen, ohne die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Oh, shit. Ah. Mist. Get in hier auf einmal. Also muss ich jetzt noch aufmerksamer, noch konzentrierter sein. Ich würd so gerne eine Ratte übernehmen können. Ach Gott, wär das schön. Also ich muss sagen, manche meinten ja, oder beziehungsweise es hieß schon, hab ich schon gelesen, dass manche sich darüber beschweren, dass man einen dishonored, ähm, dass man zu schnell zu stark sei. Aber das kann ich hier nicht wirklich feststellen. Wobei, das natürlich auch so eine Sache ist, wenn man offensiv spielt und, und, und alles niedermetzelt, dann kann das ja vielleicht sein. Ach, guck mal da. Ha. Ich kämpfe mich hier die ganze Zeit ab. So. Hätte ich mir die Umgebung richtig angeguckt. Da muss ich wieder draus lernen für die Zukunft. Und hier. Optimal. Oh, kein Problem. Überhaupt kein Problem. Also hier patrouilliert auf jeden Fall auch eine Wache rein. Die hab ich ja gerade gesehen. Man muss sich halt immer versichern, in alle Richtungen. Und dann erst irgendwas machen. So wäre es zum Beispiel jetzt blöd, von mir direkt da runter zu gehen. Sonst stattdessen kletter ich lieber hier oben lang. Auch wenn ich natürlich den Schlüssel hab. Hab ich doch noch. Das war doch voll im Speicherpunkt. Verhörzimmer-Schlüssel. Genau. Order shall prevail. Also darüber könnte ich mich auf jeden Fall auch teleportieren. Aber ich will erstmal hier unten. Schauen, ob ich hier unten dieses Instrument finde. Mit dem ich dem Kollegen dann das Mal auf die Stirn brennen kann. Muss ich jetzt halber zumachen. Läuft hier eine Kamera? Gesundheitselixier. Reunig. Folterstuhl. Ist das das Werkzeug? Nein. Das ist nicht das Werkzeug. Okay. Mal speichern. Ich darf auch nicht die Rune aus den Augen verlieren. Also eine Rune war glaube ich unten beim Zwinger doch irgendwo, oder? Sie verdrehen in die Ware. So. Zeichen des Ketzers. Jawoll. Hab's. Über das Brandmarken. Okay. Da gibt's auch nochmal die Anleitung. Betäubungsbolzen gibt's auch gleich mit dabei. Super. Wir haben hier einen Mann. So um die 30 vielleicht. Schlank. Ungewöhnliche Tätowierung auf Gesicht und Brust. Vermutlich arbeitgläubische Ketzerei. Trug bei der Festnahme eine Art industrielle Maske. Wahrscheinlich aus einer der Wahlfabriken gestohlen, wie's aussieht. Du bist einer von dort's Leuten, oder? Endlich haben wir dich. Wie ist dein Name? Was ist mit seinen Augen los? Opium? Laudanum? Verstehst du mich? Was macht er? Er hat eine Art Anfall. Er ist tot. Das ist es. Eine Nadel wohl in einem seiner Handschuhe versteckt. Subjekt bekam eine Art Gift verabreicht. Mit offenbar tödlichen Auswirkungen. Okay, also ist jetzt nur noch meine Aufgabe an den Camper zu kommen. Was auch wahrscheinlich nicht unbedingt leicht wird. Ist nichts weiter. Das war eine geschlossene Tür. Alles was? Beutel. Ich könnte mich auch einfach wieder zurückschleichen. Ich glaube, ich schleiche mich aber lieber hier durch. Ach, guck mal hier. Ist ja fett. Nein! Wie übel. Da wäre ich doch hier hochgekommen, ne? Da wäre ich wahrscheinlich doch hier hochgekommen. Von da aus, ne, wäre ich nicht. Aber ist geil. Da wäre ich total einfach da reingekommen. Und hätte die Mission ganz anders gespielt als jetzt. Oh. Das Schöne ist, jetzt muss ich ja nur noch zu diesem Besprechungszimmer. Und jetzt kann ich ja eigentlich außenrum gehen. Bis dahin. Und dann versuche ich den, den, den Offizier, den Camper zu kriegen. Ist das das Verhörzimmer? Das ist das Archiv. Super. So kommt man auch voran. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass der mich nicht sieht gleich. Nochmal speichern. Jetzt wird's wichtig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das ist doch wieder. So kommt man. Bis zum nächsten Mal. Oh, was ist das? Und dann wird's hierher. Ja. Es ist ja auch wieder. Es ist ja auch wieder. Also ist es. Ja? Also da ist das Besprechungszimmer. Da oben ist die Ruhner. Campbell ist noch nicht da noch drin. Kann ich den nicht vor dieser Besprechung schon erwischen? Scheinbar nicht so einfach. Okay. Dann mache ich es jetzt so. Ich gehe jetzt rein, dann schnappe ich mir als allererstes die Ruhne. Und dann verstecke ich mich irgendwo und schaue mal, was passiert. Und wenn irgendwas Schlimmes passieren sollte, kann ich immer noch wieder laden. Gift zu Campbell schießen. Gläser ausschütten. Dies ist eine Widersteht der Versuchung. Dies ist eine Erinnerung an unsere Sache. Ein Zeichen der Macht des Outsiders. Gleich hier vor uns. Es darf unsere Herzen nicht verderben. Weder werden wir unseren Blick darauf richten, noch werden unsere Hände mit rastloser Gier danach greifen. All dem Chaos gefunden. Wenn meine Aufseher etwas hören sollten, melde ich mich sofort bei ihnen. Zeit für den Drink. Ich hoffe, sie schlagen es nicht aus. Damit gehen die Geschäfte gleich viel. Kräfte. Ich habe noch eine neue Ruhne. Ich dachte, ich hätte jetzt drei. Okay, jetzt trinken die beiden. Beschlossen. Ein Diener muss hier gewesen sein. Lassen Sie mich mal sehen. Keinbar habe ich nicht den Richtigen. Der war es nicht. Nein. Ah, hier sind wir. Folgen Sie mir bitte. Mänder, wir holen Sie, wenn wir fertig sind. Dass Ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird. Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist. Ich auch nicht, ich auch nicht. Erst stirbt eine Hure und dann dies. Ein Wein, ein tyfianischer Roter. Danke. Was zum... Wer war hier? Entschuldigen Sie, Hauptmann. Ich hatte einen gastlicheren Empfang für Sie geplant. Tja, dann eben auf die harte Tour. Was war das, Campbell? Schon gut. Sie haben Glück, Hauptmann. Ich muss den wirklich guten Jahrgang öffnen. Lassen Sie Ihre Leute hier, sonst müssen wir mit Ihnen teilen. Nun gut, Campbell. Wenn wir unsere Meinungsverschiedenheit damit beenden können... Hinterher. Es ist hinterher. Shit! Hoch! Wasser! 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 Scheiße, da hat er mich Hat er mich erwischt Hm, wie mache ich das denn am besten Ich müsste ihn packen Ich müsste ihn von hinten packen Ich muss mich auf diesem Schrank verstecken Anstatt hinter dieser Wand Und dann Müsste ich, ich hoffe mal Dass der, dass dieser Ach, der andere, der Colonel Dass der sich nicht beschwert, wenn ich den Campbell Betäube Wenn der das mitbekommt Gift zu Campbell schieben Kombiniere die beiden Gläser Oder Gläser ausschütten Jetzt habe ich die Rune Okay, die habe ich vorhin gar nicht eingesammelt Ja, jetzt habe ich auch drei Rune Okay Teleportieren Schnellere vor, über längere Distanz Jawohl Das will ich Sehr gut Wenn meine Aufseher etwas hören sollten Melde ich mich sofort Könnte jetzt klappen Könnte jetzt klappen Dass ich rechtzeitig hinter ihm lande Und wenn der andere halt keine Faxen macht Ich weiß es nicht Wenn der andere natürlich Faxen macht Das ist schwierig Folgen Sie mir bitte Männer, wir holen Sie, wenn wir fertig sind Dass Ihnen die Zeit bis dahin Nicht zu lang wird Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist Ich auch nicht, ich auch nicht Erst stirbt eine Hube und dann dies Ein Varin Ein tyvianischer Roter Keine Sorge Ich finde dich schon noch Ich weiß, dass du hier bist Ach, fuck Ich bin zu weit gelaufen Mist 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 Fast hätte es geklappt Fast hätte es geklappt Ich sag's ja nur ungern, aber Es Ich war so kurz davor Ihr müsst das entschuldigen, wenn ich dann nicht spreche Wenn ich irgendwas habe Ich muss mich da so konzentrieren drauf Dass ich lieber Lieber konzentriert spiele Als euch Konsequent die Ohren voll zu labern Ich weiß jetzt aber wie Kommt ruhig rein Hier sind Sie Folgen Sie mir bitte Männer, wir holen Sie, wenn wir fertig sind Dass Ihnen die Zeit bis dahin nicht zu lang wird Ich weiß nicht, wie das alles so unschön geworden ist Ich auch nicht, ich auch nicht Erst stirbt eine Hube und dann dies Ein Varin Ein tyvianischer Roter Schluss mit den Spielchen Komm raus Die laufen einfach vorbei Ist ja witzig Ich hab ihn Ziel gerettet Kernel Super Okay, jetzt speichere ich auf den neuen Spielstand Das war jetzt voll optimal Einfach Also wundert mich ein bisschen Die Wachen sind direkt dran vorbeigerannt Die haben wahrscheinlich überhaupt nicht mehr links und rechts geguckt Ansonsten wäre das ja überhaupt nicht zu erklären Ein bisschen unlogisch Sag ich mal so Aber Meinetwegen Genau, ich berichte das auch gleich dann Aber jetzt zuerst muss ich nochmal konzentriert bleiben Und zum Verhörzimmer kommen Oh shit Was für eine Scheiße Oh, sie tragen ja den Colonel Wo wollen sie denn hin? Noch eins weiter Zeichen des Ketzer Benutzen Okay Au Neutralisiert Campbell Jetzt nichts hier weg Jetzt muss ich eigentlich nur noch drauf warten Dass er Von der Wache gefunden wird Beziehungsweise ich muss ja nicht abwarten so lange Ich kann ja schon so lange In der Zeit schon mal Schalte den Alarm ein Ich weiß, dass du hier bist Ich finde dich schon noch Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen Jetzt ist der Alarm ausgelöst Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen Deine Sorge, ich finde dich schon noch Ich überlege gerade, ob es besser gewesen wäre Ja, ich glaube, ich lade nochmal Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich den Wenn ich dem Colonel das eingebrannt hätte Und ihn danach wieder irgendwo versteckt hätte Ist ja blöd, auch Ihn im Folterstuhl sitzen zu lassen Quasi Ist ja dann total offensichtlich Dass es ihm jemand aufgebrannt hat Einfach so Ach nee, ich kann ihn gar nicht mehr wegnehmen Geht gar nicht mehr Scheiße Ja gut, aber es geht wohl nicht ohne diesen Alarm auszulösen Denn ich muss ja irgendwie Den Colonel erledigen Die Rune nehme ich auch noch mit Bevor ich gehe Könnte aber Könnte aber glauben Okay, das geht scheinbar nicht Was geschieht hier? Keine Sorge, ich finde dich schon noch Naja, jetzt geht das wieder los Also ich speichere jetzt wieder auf einen neuen Spielstand Wobei Auf den Den anderen Den anderen Das war ja Bevor ich den erledigt hatte Und das Das war ja vollkommen okay Wenn ich dich finde Hast du nicht zu lachen Shit Wo ist Wie komme ich denn jetzt hier raus? Sagt mal Ah, ich gehe wieder über den Ich bin ja völlig blöd Ich könnte ja auch wieder über den Balkon gehen Aber ich brauche noch die Rune Das ist das Problem Oder soll ich sie liegen lassen? Hm Ist halt das Problem jetzt Wenn der Alarm ausgelöst ist Dann ist es natürlich blöd Irgendwie nach der Rune Das ist das Problem Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist Abschauen Wenn ich dich finde Hast du nicht zu lachen Ich probiere es nochmal Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist Abschauen Ich weiß, dass du hier bist Da könnte ich so easy abhauen Ich brauche jetzt noch die Rune aus dem Keller Genau im Stockwerk unter mir quasi Ist hier jemand? Das schaut gerade nicht so aus Ah, doch da Fuck Ich bräuchte noch diese eine Rune Wäre schon schade, die jetzt liegen zu lassen Weil das ist ja ein Letztendlich verschenkter Skillpunkt Und die Skillpunkte sind ja rar gesät hier Rar gesät Aber wie komme ich da dran? Wo war die denn? Wo ist die denn nur? Wie komme ich denn nur dahin? Das sind so Fragen Was man sich stellt Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist Abschauen Achso, ich habe ja jetzt den Den weiteren Teleport Keine Sorge, ich finde nicht zu Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist Ich weiß, dass du hier in der Nähe bist Ich mache jetzt mal was ganz Dreistes Ach nee, das geht ja gar nicht Ich kann mich ja nicht nach unten teleportieren, oder? Ich versuch's mal Doch, geht Ach, hier ist doch das Geheimzimmer, genau Aber wie kommt man da rein? Wie kommt man in das Geheimzimmer? Das ist die Frage Also ich habe die Möglichkeit Ich gehe mal völlig offensiv jetzt Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen Hm Geld nehmen Das ist schon cool So, mit Mit der Macht, sich überall hin Teleportieren zu können Nur jetzt frage ich mich Immer noch Wie komme ich in diesen Geheimraum? Wie komme ich in diesen Geheimraum? Durch den Zwinger vielleicht Das wäre eine Möglichkeit Es gibt eigentlich keine anderen Mehr, glaube ich Glaube ich zumindest Ich glaube, aber hier ging es auch Zum Zwinger, glaube ich noch Hier ist doch auch irgendwo Zugzwinger Ich weiß, dass du hier bist Ich weiß, dass du hier bist Geht's vielleicht hier irgendwo in der Mitte? Keine Sorge Ich finde dich schon noch Irgendwie gibt's hier irgendwie Geheimen Dings Wenn ich dich finde, hast du nichts zu lachen Wo bist du? Ich werde dich den Hunden zum Fraß vorwerfen Warte, erst nochmal, Kollege Das ist weg, erst weg Geheimt Der Backyard, ne. Das führt nicht zum Zwinger. Tja. Naja, ich glaube, ich muss die Suche in dieser Episode leider aufgeben. Denn ansonsten wird das Video zu lang. Ich suche in der nächsten Episode noch mal ein bisschen weiter nach der Runde. Zumindest versuche ich noch mal durch den Zwinger komplett durchzukommen und dann da durchzuschleichen. Vielleicht komme ich ja so in den Geheimraum vom Campe. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Und wenn ich sie dann immer noch nicht finden sollte, dann werde ich mich auf jeden Fall zurückmachen zum Samuel und die Mission abliefern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr diese Episode seht, dann verratet mir doch unbedingt auch noch mal in den Kommentaren, wie ihr diese Sache angegangen seid, was ihr gemacht habt und wie ihr es geschafft habt und wie eben eure Wertung dann anschließend war. Meine seht ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.